Und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Starbound. Und zwar verkünden wir jetzt etwas, was wir euch im letzten Part vorenthalten haben, nämlich... Und zwar, wir machen jetzt hier mal eine kleine Empfehlung, gebe ich hier mal raus. Und zwar könnt ihr euch mal den guten Kanal vom Scooby LP angucken. Ah, der Smart, äh, der ist 22 Jahre alt, macht verschiedenste Let's Plays, verschiedenste, ja, was soll ich denn so sagen? Der macht einfach gute LPs, jetzt Moment, Let's Play Star zum Beispiel Diablo 3, schönes Spiel, macht da gut mit Facecam. Also, der hat uns auch schon ein Video erwähnt, danke nochmal, nicht... Ja, ist das Video schon oben? Ja, das ist schon oben. Nein, das muss ich mir auch noch ansehen. Also, wie gesagt, danke nochmal an dich, lieber Mann. Ja, auch von mir. Großes Lob an dich. Ja, ist auf jeden Fall ein guter YouTuber, könnt ihr ja mit ein paar Abonnenten, äh, Abos stützen, da würde er sich sicher drüber freuen. Hanna auf jeden Fall hat verdient, wie gesagt, die Diablo 3 Let's Plays macht da unter anderem. Dann Let's Playte auch noch Pokémon oder hat Pokémon Let's Playte, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Außerdem, äh, auch noch, das ist jetzt eine kleine Änderung in seinem Plan, er wird ab jetzt mehrere Videos hochladen in der Woche, allerdings dafür immer 15 Minuten Parts, circa zwischen 10 und 20 Minuten Parts. Also, ungefähr wie wir. Wetter hoch, früher hat er 30 Minuten Parts hochladen, dafür aber weniger, jetzt, wie gesagt, mehr. Und, ja, also, wie gesagt, ja, Diablo, äh, Let's Plays hat er, er hat Pokémon Let's Plays, ob wir die noch machen, weiß ich nicht, ich glaube nicht momentan. Ähm, Super Mario Bros, tut er auch noch Let's Plays, auch ein richtig schönes, gutes Spiel. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal eben vorbei, äh, gucken, sympathischer Kerl und, ja. Jo. Also. Ich habe natürlich den Link in die Beschreibung. Ach ja, war da, war da nicht noch irgend so ein Link? Ah ja, stimmt, bei dem, äh, Dingerns, bei dem Dead Machine LP. Nein, hier sind noch mehr Dias. Ja, ja, muss ich auch noch machen. Ähm, ja, da war doch gerade irgendwas, was ich ankündigen wollte, beziehungsweise sagen wollte. Oh, da oben wird's wärmer. Nein, scheiße, es wird doch nicht wärmer. Es wird nicht wärmer. Ich hoffe, dass ich, ich hoffe, es ist zum Lagerfeuer, lass mich zum Lagerfeuer. Oh, Kind. Geht in der Runde einer ab. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, übrigens, ich habe, als wir das UFO besiegt haben, ne? Ja. Ich habe noch vier Molten Core übrig, das heißt, ich kann ja auch das damit machen, Biatch. Okay. Mach ich aber nicht. Ohohohoho. Ja. Jawohl, also Scooby-LP hat uns auch wirklich gut beschrieben in seinem Let's Play. Ja, okay, jetzt ziehe ich mir gleich auch nochmal rein. Ja. Also, lieber Scooby-LP, danke nochmal. Jo. Ja. Ich hoffe, der guckt sich das an. Wenn ich gebe, das haue. Genau, wenn nicht, dann deabonieren wir ihn einfach. So ist das. Nein, niemals. Mach dir keine Sorgen, sonst habe ich den Philipp hier mal kaputt. Wer hat dir weh zuerst kaputt? Du, Kamerunzikrutsch. Tja, du fötzchen. Ja, der, der in den letzten Part geguckt hat, wird verstehen, warum der Dave sich gerade einen abgelacht hat. Tiddleiddle, sag ich nur. Was sagt der nur. Tja, ich finde das voll geil, dass man hier in Starbound so mega hoch springen kann, selbst ohne Dabwirtschaft. Ja, ja. Oh, Junge, hier oben Eis musst du mega aufpassen. Erstens, du kannst super schnell erfrieren. Zweitens, du verpasst super schnell Dias. Hm. Wie viele Dias habe ich? Ich weiß nicht, wie das hier dekoriert soll. Ernsthaft. Hm, ich habe 16 Diamond, oh, das heißt, 8 Diamanten kriege ich davon noch raus. Tja, wer hat hier das verziehen? Junge, übertreibet. Tja, jetzt burnst du. Hm, ist da unten viel Gold. Das hier hat 4, hier, denalino. Da unten ist echt viel Gold. Das gönne ich mir jetzt. Das gönnt er sich jetzt an verziehen. Tja, sagt der richtige Kack. Tja, Leute, fällt dir nichts ein. Tja. Hast du noch zufällig in deiner Wohnung irgendwie was an Deko? Äh, im Raumschiff ist immer noch was. Äh. Wie oft noch. Ja, ja. Da sind auch, glaube ich, noch ein paar Laternen drin. Von diesen Grünen. Scheiße, jetzt erfriere ich gleich, ich erfriere gleich. Komm, zum Lagerfeuer, zum Lagerfeuer. Ach, hier ist auch noch ein Ding. Ach, was gefunden man mir denn tun. Gut. Was kann ich dann auch noch da hinstellen? Dim, 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 du, ну, do, 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 doo, do, do. What a- Okay, dann komm jetzt mal bald runter, Kind. Verziehen. Dann hebe ich den Knopfloß ab und tienen. Tja. vorerst raumschiff ich habe verziehen was denkst du ja stein ich erfriere kommt 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 zum land alter wie weiß ich ich musste jetzt auch mal kein feieraufstand da haben wir noch viel kohle tja das erst findest du kein diamant tja aber ich weiß dass du kein arschloch bist gibt es mir gleich schön was ab tja vielleicht doch nicht du fützchen da kommt aber noch kein feuer auch ich habe mir das schönes aus Natur gewinnt was das ist der See sie ausgedeckt also wie immer auch noch was ja jetzt auch noch viel Deko Junge, übertreib Junge, diese Knochen-Schicht doch, 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 doch damit schmück ich mein Zimmer dann noch aus mit diesen Knochen jawohl aber ich geb dir nichts ab träum nicht wie klar das ist so Double Jump und dann beim Double Jump hochpiepen ja ja die Sache, Tier, ich hab da meine ganze Deko reingehauen da müssen also noch diese Banner rumliegen wovon ist Zellmateria? keine Ahnung ich brauch auch noch mal was von mir da rein was ich nicht brauche weil sonst wird zu viel ich brauch die Kohle ich schmelze mal hier mal ein bisschen ein paar Sachen ein hab ich auch wieder bisschen mehr Platz im Inventar ah Koppa war es ja wohl Spontor Eiskeits und ein Tier neu und bis ich komm jetzt mal mein Inventar auf verbrannte Eiskeits und ein Tier das ist doch geil ich weiß Stay-Buy auf Fetzchen Junge, jetzt kommt er wieder mit Stay-Buy auf Fetzchen an hm ich mach mal ein bisschen mein Inventar auf hier ich glaub ich lass mal Wasser ab So, jetzt warten wir einfach bis das da alles abfließt oh scheiße, jetzt liegt da unten überall die Kacke rum ey Junge, wie viel Wasser ist da bitteschön Alter, wie sich hier unten das Wasser anfühlt wie ein Titanic, Junge oh, da liegt ja eine Truhe scheiße ich erfriere komm, Kitty oh Junge, immer genau dann, wenn die so die Wahrnehmung kommt dem dem genau dann schaff ich's so wegzukommen jawohl weißt du was was Stay-Buy auf Fetzchen ich dachte mir schon, dass das kommt ich glaub ich weiß, was hier in der Truhe ist und zwar das hier und das macht was Schönes das macht nämlich Scheiße das macht nämlich das hier oh, das ist ein Jump Boost Nein, ich kann jetzt richtig hoch springen Geil, du Pritt Nein äh, Dingens Dingens Dingens, ne Dingens, ne Dingens 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 so gut Oh oh, Junge, ich seh schon, kommt irgendwann er frier ich in der Scheiße hier Scheiße, 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 oh okay Ich war grad mal den Vental auf, ich tu alle Dekosachen als recht den Vental und die Bausachen als linke Interessiert, Kyle Doch Ey Die, 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 die Selber ja fucking verzieren Junge, du mit deinem Verzieren immer Das ist mein Verzieren Boah Einmal Was? Ich laufe hier, solange sind das so zwei Fische Junge, da ist ja noch mehr Wasser Okay, ich würde sagen, hier oben Mache ich dann nochmal das hier hin Mache halt das Dann haben wir da jetzt das ganze Wasser rausgekarrt Dann können wir uns da jetzt umsehen Warte noch, bis es ganz aufgefüllt ist, bis die Anzeige auch verschwindet So Jetzt Oh, wir verzieren Hammer Nice Es geht immer noch weiter in der Höhle hier Oh, jetzt kommen wir in den großen Okay, doch nicht so groß Wow Womit beschießt du mich denn? Stay by your fätzchen Stay by your fätzchen, bitte Bitches Boah, war der ordentlich, du Wir haben nichts gehört, aber Kopf hoch Will ich auch auf, traurig Ach ja, Dave Junge Ich nehm schon das ganze Copper nicht mit, weil ich's brauche Ich nehm nur das Gold mit Dann ist ja auch immer gut, dass stirb ich das Gold mit Ja Gut Das brauchen wir, um unsere Waffen zu reparieren Boah, ne, das dauert mir alles viel zu lange Fätzchen Das haben wir hier Oh Noch mehr Diamanten Und der Dave kriegt nichts nach Ah, ist das schön War ein kleines Stück Scheiße Der Dave wird gleich wieder böse Stay by your fätzchen Seht ihr? Seht ihr, wie er mich nennt? Seht ihr das? Oh, das ist noch eine Truhe Bone Table Blueprint Ich hab den Blueprint für einen Knochen-Tisch Oh Aber nice Ach ja, den lern ich mal jetzt erstmal Zack Und da meldet sich der Timer Das heißt, es ist was mit diesem Part Jawohl Danke, dass ihr vorbeigesehen habt Und seht euch nach diesem Video sofort Scooby-Doo Scooby-LP an Scooby-Doo Okay Dann haut rein, Leute Wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Let's Play Starbound Bis dahin Tschö